Nächster Redner ist Werner Herbert von der FPÖ Niederösterreich. Danke Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Jetzt ist ja leider nicht da der Kollege Schöner. Oh ja, hier. Oh, da ist er. Ja, tut mir leid, Kollege Schöner, wenn wir deine vorbereitete Kontra-Rede da leider nicht hören konnten, weil es offensichtlich überrascht warst, dass hier auch die freiheitliche Fraktion diesem Datenschutzbericht 2015 zustimmen wird. Wir tun das sehr gerne und wir dürfen uns an dieser Stelle auch für die Vermittlung dieses Berichts, der nicht nur sehr übersichtlich, sehr prägnant und auch in seiner Darstellung auch klar zum Ausdruck bringt, wie sehr die Datenschutzbehörde auch im vergangenen Jahr hinsichtlich gestiegener Anfragen und Erledigungen, sei es jetzt bei den Eingangsstücken und allgemeinen Erledigungen, aber auch bei den Tätigkeiten beim Datenverarbeitungsregister gefordert war, eindrucksvoll bestätigt. Das zeigt, Datenschutz ist eine Sache, die mittlerweile eine doch große Breitenwirkung nämlich auch in der, sagen wir mal, durchschnittlichen Bevölkerung erreicht hat. War Datenschutz früher ein, sagen wir mal, politisches Minderheitenprogramm für einige erlesene Insider, ist mittlerweile Datenschutz eine Sache, die wohl über die verschiedensten Zugänge fast nahezu jedermann berührt. Alleine wenn wir uns den Kriminalitätsbericht von 2015 heranlenen und hier sehen, dass der Internetbetrug, der ja überwiegend entweder unter Vorspiegelung einer falschen virtuellen Identität oder überhaupt durch Erlangen eines falschen Zugangscodes in der Regel hier das wesentliche Kriminalitätsmerkmal aufweist, alleine, wie gesagt, im Jahr 2015 um 12,6 Prozent gestiegen ist, dann heißt das, dass Datenschutz in dieser negativen Weise wohl schon eine Vielzahl der österreichischen Bevölkerung, vorwiegend die, die eben wie gesagt im Internet hier täglich oder vielleicht auch etwas weniger zu Hause sind und hier auch kommunizieren, wie auch Geschäfte durchführen, davon betroffen sind. Ein weiterer Punkt ist die bereits angesprochene allgemeine politische Vernetzung des Internets und die daraus resultierenden Gesamtfolgen. Safe Harbor wurde schon angesprochen. Eine Sache, die wahrscheinlich im kommenden Jahr zu einer neuen Regelung im Bereich mit den Übermittlungsstrategien oder auch über den Übermittlungsvorgängen der Daten in den USA kommen wird, hier wurde ja die alte Regelung durch das Urteil Schrems aufgehoben im vergangenen Jahr und seither ist man seitens der Europäischen Union unreglich bemüht, hier eine Nachfolgeregelung zu finden, die aber nicht zuletzt aufgrund der Feststellung des EuGH, dass eben die amerikanischen oder die USA kein sicheres Datenschutzland sind, wohl eine gewisse Herausforderung darstellen. Ungeachtet dessen lese ich heute in den virtuellen Medien, nämlich konkret auf URFAT, dass die USA darüber hinaus ihr Interesse an den sozialen Seiten, wie es hier heißt, entdeckt. Konkret geht es darum, dass sie bei zukünftigen Befragungen zur Visaerlaubnis oder zur Visateilung auch etwaige virtuelle Identitäten auf Facebook, Twitter und dergleichen abzufragen, um wohl auch hier nicht nur, das ist jetzt meine Unterstellung, zum eigenen Schutz oder Schutz des Staates der USA, sondern auch um ihr allgemeines und mittlerweile wohl auch sehr bekanntes Wissbegieren, die NSE hat es uns ja schon vorgezeigt, hier allgemein abzustehen. Eine Sache, die, wie ich meine, höchst bedenklich ist und die uns zeigt, dass wir gerade in den zukünftigen Entwicklungen auf den Bereich des Datenschutzes besonders unseren Fokus legen sollten und das ein besonders heikles Thema ist, weil es wohl über kurz oder lang nicht mehr ein bisschen mehr als ein Minderheitenprogramm sein wird, sondern eine Sache sein wird, wo sich fast jeder österreichische Staatsbürger und jede österreichische Staatsbürgerin damit unmittelbar beschäftigen muss. In diesem Sinne darf ich mich bei der Datenschutzbehörde noch einmal namens meiner Fraktion bedanken und wir werden diesem Bericht natürlich gerne zustimmen. Lobende Worte für den Datenschutzbericht 2015 findet Werner Herbert von der FPÖ Niederösterreich. Dieser sei sehr übersichtlich und prägnant. Datenschutz berühre mittlerweile jedermann. ? Ich suche. Bett